Hi Leute und willkommen zurück zu Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Wir wollen mit ihm einfach noch mal probieren. Wir können ja noch mal was kochen, wie wär's? Spezialgusthalter 40% schneller brauche ich nicht. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden außer die Materialien? Oh, ich schicke Module benutzt, mache ich 15% mehr Schaden. Mehr Erfahrung, mehr Erfahrung. Schaden reduziert. Schaden plus 5%. Bewegungsgeschwindigkeit. Herzen plus 3 zu Beginn einer Schlacht. Weniger Eisschaden, weniger Feuerschaden, weniger Blitzschaden. Plus 100% mehr Rubine. Maximale Herzen minus 20%. Super. Den könnte das vielleicht gebrauchen, aber benutzen. Warum kann ich das eigentlich nicht mal noch sorgen für die Rohstoffe? Und weiter. Oh, warte. Ja, machen wir das so. Passt schon. So, dann aufbrechen. Mal hoffen, dass er es jetzt hinkriegt. Beim letzten Mal haben wir es ja irgendwie verkackt. Naja, gut. Schicker Stein. Die Kraft des Schicker Steins wurde durch den Einfluss des Fechters aus der Zukunft verstärkt. Oh. Ach, jetzt werde ich wieder wahnsinnig mit der Kamera. Okay, hoffen wir das SRB, um zu sprinten. Wie charakterspezifische Fähigkeiten hier lesen. Zwischen den standardmäßigen, aber werde ich wohl nicht kriegen. So, ich sehe gar nichts. Ich sehe genauso wie mir. Wie viel. Jawohl. Haben wir schon, bin recht. Nein, natürlich nicht. Gut. Am Anfang sind schon ein bisschen nervig. Nicht schlecht, sag ich mal. Was los? Ah, ich sehe doch gar nichts. Moment. Ah, ich kriege auf jeden Fall guten Schaden. Ist gut. Ah, ich kriege auf jeden Fall guten Schaden. Okay, komm schon. Gut. Gut. So. So. Ja, ja, ja. Perfekt. Oh, schade. Mein. Beim letzten Mal hatte ich hier schon ordentlich Heilungsitems benutzt. Aber das kann ich ein bisschen vermeiden. So, der Angriff ist eigentlich ganz cool, was in Schadung geht. So, mach mich kaputt. Nein, 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 nein. Vollkommen weit weg. Komm schon, komm schon, komm schon. Danke. Okay. So. Vollgenwie. Es geht zum Glück nicht auf Zeit. Wir können es schaffen. Auf den Weg. So. Kann weitergehen. Wo wir zu nehmen. Na, wir waren nicht. Wir sind. Das war's. Und jetzt. So. Gut. Jetzt wandelt es echt besser. Hm. Nicht schlecht, sag ich mal. Oh. Hahaha. 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 Das gefällt mir. Jetzt haben wir ja nicht das Zeitspielen müssen. Autsch. Schmeiergriff. Au, der trifft mich ja. Nicht so schnell. Hups. So. Haha. Wie gefällt euch das? Autsch. Autsch. Das ist richtig. Ah. Nein, nein, nein. Wow. Sag mal. Hier, komm. Jetzt habt ihr Pech gehabt. Ja, danke. So. So. Wow. Das war's wert. Puh. Okay. 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 Jetzt möchte ich aber eigentlich mal kurz hier angucken. Vielleicht habe ich hier noch irgendwie einen von dem kleinen Fuchs. Hier ist doch was. Guck mal einen an. Vielen Dank. So, hier ist hoffentlich nichts. Jetzt. Ja. Gut. Ich habe nichts verpasst. Dann. So, das ist so. Nun hauen. So, dann müssen wir immer hoffen, dass wir jetzt den Typen kaputt kriegen. zwei Halbungen haben wir raus. Nicht so geil. Was? Nicht so schnell. Haha. Wie gefällt euch das? So. 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 Und jetzt. Nimm das. Sehr schön. So. So. Meins. Ich komm nicht weg. So. Kann man aufhören anzuleiten? So Der Angriff ist schon geil, aber Aber Ja, wie soll ich sagen Ich kann ja mal sowas machen Genau, schlüpflamm Wow Wow Komm schon, komm schon, komm schon Oh, ich schwimme die Taste gerade richtig hart Ah, Mist Autsch Du, 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 du Ich kann ja vorbeilaufen Ja, schön Jetzt haben wir dich Wir haben's Oh, geil Wir haben's Sehr schön Auch wenn ich ihn nicht so wirklich mag Aber Das komische Gewusel-Angriff-Ding Was wir beim Ivaruk hatten Macht schon Schaden Kann man nicht anders sagen Aber Die Kamera Geht total bleib Schön Schön Noch ein paar neue Waffen Oh Ähm Hm Ich weiß sie ihm geben, aber Sie sehen ein bisschen Nennen wir es merkwürdig aus Nennen wir es Äh Eis Gut Gucken wir dann gleich nochmal die Waffen durch Für die beiden Und Ja Dann suchen wir uns die nächste Aufgabe Irgendwas werden wir schon wenden Wahrscheinlich Äh, nee Hm Ich hab ja von Ivaruk oder so Ich hab mir immer Aufgaben zu geben So Hier müssen wir wieder Einen Test von Links Stärke Was kriegen wir hin? Ähm Wolle wollte ich jetzt hin? Ich wollte eigentlich Was ist das? Achso, genau Ähm Da 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 Du Waffe 34 Schufe 1 38 Nur noch die So Saven Und jetzt Mehr tun nicht Wer war denn das? Ups Können wir dich auch austauschen Ähm Ähm Wie soll denn? Ah Ich komme Schön für dich Aber 46 Alter Schwede Hier Nimm das mal Die sind mir jetzt auch egal Das kann sich sehen lassen Das kann sich sehen lassen Seine Waffen Wow Das ist nur ein Sprung Wir sind alle Stufe 1 So So Hier unten war nichts Hier haben wir Noch ne Aufgabe Hm Rijo Rijo Was können wir dir nochmal anstellen Rachen vielleicht Zelda Mifa Wo ist Rijo? Da Ja Ja 47 Vergessern wir mal Rijo Ich bin gespannt Aufbrechen Sie war eigentlich immer ganz cool Das was wir bisher an Fähigkeiten gesehen haben Ich glaube ich habe noch ein paar Eine Ein zwei Fähigkeiten dazu gekriegt Die sollte also noch ein bisschen stärker sein Und wir haben jetzt eine bessere Waffe nochmal Wollen wir hoffen, dass wir dann auch diese Prüfung schaffen Ansonsten müssen wir die beim nächsten Mal direkt nochmal angehen Dann machen wir die für Link glaube ich Bei Links Stärke Prüfung Ja er ist schon der stärkste Viel stärker geht kaum noch Außer wenn wir ihn jetzt noch leveln Aber das tut ja von selbst aus schon mehr als genug So Oh Wow Was ist das für ein Geilangliff gewesen? Okay Schimpel ist gemacht So 400 Sonnen So Auf gehts Oh 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 Nice Ha 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 Was Super Sawyer? Oh Gott Wir sind mal weg Ich bin mal weg Oh Ich habe raus Mit Nein Kanли Sie Echt S lich Autsch, müssen wir aufhören? So Au So So Sie hat einen Wind auf die Seite eigentlich, aber... So, das hat er noch geholfen. Hallo? Er hat versagt, gut. Von Horv. So, da geht's weiter. Zack, 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 zack. Ach, komm. So. Ja, schön. Tacken Hage bringt's. Treffen sie nicht so richtig, ne? Also teilweise... Teilweise auf, äh... Unser kleinen Robberer losgehen. So. Die sind Robber's cool. So. 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 Euch, da. Wie sind denn die Nächsten? Haben wir viel zu wenige. Das fängt ganz ernst jetzt hier, oder? Hä? Wo sind denn? Ganzhaft. Was sagt denn, wir siegen hier? Aha, das ist ein paar. So. Ich kann nicht mit meiner Sonne habern. Zack. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist echt reudig, dass man hier so einzeln einzukommen muss, um auf die 400 zu kommen. Komm schon. Ich muss noch mehr von euch. Ich muss noch mehr von euch. Zack. Die alle rangezogen werden. So. Na, ein Glück. Was? Das geht noch auf Zeit. Wieso? Wieso? Okay, wir sind super. Gehen doch nicht mehr auf Zeit. Oh, wow. So, und da sind die alle. Weil die gerade alle so schön zusammen stehen. Schade. Was? Ach, komm. Warum sind das so viele? Komm schon. Oh, wow. So. Hau ihn mal weg, ey. Oh. So. Das ist alles, was mir zur Verfügung steht. Kaum noch Heilung. Oh. Von wegen. So. Aber drauf. Ha, 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 ha. Ich musste einfach bei uns benutzen. Ich hatte keinen Bock, den Stress noch mal zu haben. Aber schön. Wie lange Haare, ey. Heftig. Ich bin fast bis zum Boden. Ich bin fast bis zum Boden. So, der große Brecht erstanden. Ich bin stärker geworden. Natürlich bist du stärker geworden. Neue Waffen, alles. Riech oder die zukünftige Königin. Naja. Hier in dieser Zeitlinie noch nicht. 34. Hm. Okay. Nehmen wir. So. Jetzt ist der Part leider schon viel zu lang geworden. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das so lange dauert. Aber egal. Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache wir haben ein bisschen Action. Und eine weitere Mission geschafft. Dann können wir beim nächsten Mal direkt links Angriff. Oder links Kraft messen. Wie auch immer man die Mission. Wir gucken gleich nochmal nach wie die Mission heißt. Aber ich habe sie nicht genau im Wort laut. So. Schön. So. Link war das hier. Eis und Blitz. Ah genau. Ein Test von links Stärke. Und dann können wir das hier nochmal machen. Aber in allen Charakteren. Weil wir die wechseln dürfen. Perfekt. So. Dann merken wir aber erstmal hier den Part. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.